So Leute, willkommen zurück zu Halo 4 und dem Part Nr. 6. Wer sich jetzt wundert, wo wir genau sind, der wundert sich zurecht, denn wir hatten gerade ein paar kleine technische Probleme. Das heißt, Internet ist abgestürzt, dann irgendwas stimmte nicht mit Bolles Xbox Live Account und... Ich meine, er hat eine Goldmitgliedschaft, sonst würden wir ja natürlich nicht Koop zocken, aber dauernd meint seine Konsole erst auf Silber. Hin und her und das war so ein Gewuse. Und gerade hatten wir auch angefangen, haben die Golden Elite erledigt und dann ist die Aufnahme nicht so richtig gelaufen. Nur noch Zerrungen, deswegen muss ich leider jetzt hier beginnen. Seid mir dann nicht bitte böse, oder uns nicht böse. Ist leider ein bisschen die Technik, die versagt. Aber viele habt ihr nicht verpasst. Ne, ne, also nicht wirklich. Obwohl, ich muss zugeben, wir haben uns gerade eigentlich viel cooler durchgeschlagen als vorher. Eigentlich haben wir jetzt einen Einzug durchgeschlagen. Ja, das ist ganz geil, wir haben einen Einzug, jeder von uns beide hatte Karabiner, die Grunts fielen wie die Fliegen und die Elite waren auch kein Problem mehr. Komischerweise, na gut, eingespielt, man sagt, eingespielt. Ja, vielleicht war es einfach, oh, wir haben doch ein paar Leute übersehen, du immer. Oh, 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 da sieht es aber aus. Zack, zack. Ja, siehst du, da lebt jetzt eine Elite noch, ey, und wenn die uns Probleme macht, ne? Das wäre jetzt der Hammer. Das war der geile Vorführeffekt. Ja, ich bin tot. Das gibt es gar nicht. Alter, jetzt gibt die noch in Deckung. Vielleicht kannst du draufballern. Ne. Die ist in Deckung gegangen. Pass auf, ich presche schon mal vor, bleib du mal hinten. Oder lenke ihn mal ab, vielleicht kann ich dann nicht. Ja, der kommt raus. Zack. Alter, es muss doch gar nicht. Schnauze. So. War das so. Ja, ich wollte eigentlich Assassination, aber es klappt natürlich nicht. Hast du noch einen Karabiner hier so? War da nicht gerade da vorne? Ne, der ist leer. Alles komplett? Komplett leer. Also, das ist nicht mal Karabiner, so ein Sturm-Karabiner sogar. Wir suchen hier Allianz-Karabiner. Ah, hier, ich habe was gefunden, wenn du was suchst. Ne, ich bin voll, ich habe 72. Ich auch, ich auch. Das heißt, wir sind ein guter Level. Ja, wir kommen gut voran jetzt. Ja, leider, was natürlich doof ist. Ja, klar, Internetabsturz, das heißt natürlich, wir mussten das Spiel nicht ganz von vorne. Wir hatten einen Kontrollpunkt genau vor der Tür davor. Zum Glück. Wirklich glücklicherweise, ne? Also gut, wir fangen jetzt mal an. Also, ich drücke mal eben ein Knöpfchen. Mach das. Zack. Guck, was Windows 8 jetzt sagt. Der Kartograf verhält sich so, als käme die Übertragung von überall auf dem Planeten. Das Signal der Infinity ist nicht ortbar. Moment, ich hab's. Das kann nicht sein. Starte noch einen Scan. Wir sind bereits durch die erste Schicht der Planetenoberfläche gedrungen. Vielleicht hat es irgendjemand noch tiefer als wir geschafft. Der Planet ist hohl? Mal sehen, ob ich einen Weg zu den Koordinaten finde, ohne dass wir ein sehr tiefes Loch graben müssen. Es gibt eine Station am anderen Ende des Komplexes. Von da aus gelangen wir zum Kern. Was? Ich weiß nicht. Wenn's ne Chance gibt, dich zur Infinity zu bringen, nutzen wir sie. Okay. Ich bin sicher, dass man uns beobachtet. Oh, wo sind wir jetzt gelandet? Ein Stern zum Anfliegen. Okay. Moment, ich glaub mal, gleich wird bestimmt wieder gelabert. Ist egal. Jetzt nicht. Aber es ist schon komisch. Der ganze Planet ist hohl. Ich denk, das ist so ne Art Schildwelt. Wie in Halo 3. Weißt du? Geh ich jetzt mal stark davon aus. Was haben wir denn hier? Ah, Schild! Schild! Guck mich mal an. Ich seh's nicht. Hinter dir? Ach, da, ja. Pass auf, pass auf, pass auf. Wow, perfekt. Das heißt, genau. Und du dann, 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 dann. Du dann, 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 dann. Perfekt. Genau. Aber ich muss auf die Energie achten, weil die ist leider begrenzt. Sehr begrenzt. Aber vielleicht ist hier noch was. Vielleicht kannst du was mitnehmen? Ne, ich seh. Ne, das war der einzige Schild. Ne, du. Ne, das einzige Schild. Äh, lag doch gerade mal was. Na, ist auch egal. Ja. Öffnen wir mal die Tür. Entschuldigung fürs Reusband. Ach, du Scheiß. Oh, es ist schon den ersten Flugzeug da hier. Mensch, hier. Äh, das ist wieder so ein Tag, wo man einfach nur im Bett bleiben würde. Oder sollte am besten. Schießen wir nicht drauf. Nein, ich hab den Grund erledigt. Schießen wir es auch von oben die Kleidung. Entschuldigung. Kleidung. Warum fahren wir runter? Das ist ein Laufzug. Na, Scheiße. Wir sind ja goے drauf. Gut, gut, gut. Ja, schieß doch mal auf die Grund, irgendwie. Ich bin gleich sauernd. Das gibt's doch nicht. Doch, weil wenn ich nicht dahinter bin... Ja, 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 ja. Ne, ich mein, wenn ich den Schild einsetzt, kann man Energie... Nicht... picnic Moment, Moment, ich muss bis zu Pickern kommen. Ist doch ätzendt. ich würde sagen das war ein nettes Anfangskomiteer. Ja, ganz nett. Versuch mal, ja, Stück für Stück. Warte mal, wo gehst du? Rechts oder links? Damit wir uns jetzt nicht selber im Weg stehen. Ich glaube jetzt rechts. Komm! Stirb doch! Ne, ich sag. Okay, ich hab schon mal den ersten Elite. Gut, gut. Okay, wieder Schakale. Schakale. Elite! Granate! Die Nerven. Granate! Was ist das? Ne, der Leber. Das ist der Grund. Ne, ich meine nicht Elite. Schakale. Okay, pass auf. Der Schütze. Ja. Am Phantom erledigen. Erledigt. Okay. Warte jetzt. Ganz schön hell hier. Wo er die ganze Zeit zappt und du es da war auf einmal ganz schön hell. Ey, das kommt mir vor wie ein Halo, das auf dieser Brücke darunter noch ein Abschnitt ist. Oh, da ist ein Banshee. Oh, da ist ein Banshee. Die klaue ich mir gleich. Oh, eine Golden Elite. Ja, habe ich gerade gesehen. Kannst du ihn ablenken? Die Granate für dich. Alter, das ist wie bei Halo 1. Ja, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Pass auf, jetzt müssen wir gucken mal nach Rückendeckung, damit ich mir gleich die Banshee schnappe. Ach, du Scheiße. Jawohl, Karabiner. Munition. Pass auf, Scharfschütze. Der ist tot. Gut, da unten. Da unten sind noch welche. Ich will nicht losfliegen, ohne die hier erlegt zu haben. Verständlich. Ja, damit du jetzt auch hier keine Probleme hast, weißt du? Zack, erledigt. Gut, erledigt. Scheiße. Ah, ich habe zu empfinden, glaube ich. Oh, okay. Hallo? Ja, doch. So, oh, ich habe keine Munition mehr. Ah, Karabiner. Äh, da ist einer ein Karabiner. Ohne. Komm mit. Ja, ja, bin unterwegs. Hier. Niedig. So, jetzt furchtladen. Zack. Finde ich schön, dass sie es wieder eingeführt haben. Ähm, ja, du pflügt doch mal. Ja, ja, ich muss gucken. Ich wollte nicht dazu. Aber eben das Gefühl, aber du kannst an der Seite hochgehen. Guck mal, an der Seite. Sie ist das? Scheiß auf die Karabiner. Ich nehme jetzt die Flagg geschützt mit. Ich bleib mal hier oben. Ja, ja, bleib mal hier oben. Oh, ein Speicherkontrollpunkt. Das ist gut. Das sieht man gerne. Und ab geht, Luzi. Alles klar. Äh, so, jetzt einfach Rakete erstellen. Und wie pfliegt es? Oh. Pfliegt sie eigentlich so wie immer. Vor was ich da gesehen habe. Kann ich gerade nicht. Ich werde platt bombardiert ohne Ende. Was so? Weil es raucht schon. Verdammt. Ich würde gerne helfen, aber. Äh, wollte Benchies erledigen als erstes, weißt du? Ach, keine Zielsuchende mehr. Ah, muss ich mich auch dran gewöhnen. Das war vorher Zielsuchen, die grüne Geschosse. Okay. Das heißt, ich sterbe, ja. Ja, ich bin wahrscheinlich oben. Ah, kommt, Dauerfeuer, Dauerfeuer. Schieß mal mit. Hast du, hast du, hast du, hast du. Hast du, hast du, hast du, hast du hier. Wenn es nämlich ergibt, schieß mal mit. Okay. Ach du Scheiße. Okay, meine Benchies schon fast demoliert. Hier, für dich. Ach ja, so richtig. Ach ja. Warte mal, ich versuche es dir mal auf Leckung. Ah, ich bin gleich im Arsch. Egal, ich nutze es zuletzt aus. Hauptsache, wir schaffen was. Ja. So, bei mir funkelt's und blitzt und alles ist kacke. Ich hoffe, das warst du jetzt. Von dem grünen, ja, ne? Ja, das war ich. Ja, ja, ich baller so ein bisschen wild auf die kleinen Soldaten. Ja, ja, auf die kleinen. Das ist so kleine Mini-Grunts. Ja, gut, dann steig ich jetzt auch mal runter. Ja, komm mal ein bisschen näher, genau. Oh, die armen Karabiner. Sind noch welche mit? Oh, keine Munniers. Ach, da ist es kein... Ach, jetzt bin ich tot. Ach, das ist doch ein schlechter Witz, oder? Du bist tot. Ja, warte, 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 warte. Sonst haben wir ja gleich. Ja, weil ich dachte, das wäre so... Bist du wieder da? Jetzt bin ich wieder da. Das ist so ein schlechter Witz. Ja, ich bin, musste auch zweimal gucken. Wo bin ich denn jetzt so? Und, ah, so. Und, und, und? Natürlich nicht. Oh! So. Ein bisschen Hardcore grad. Weil ich dachte, okay, du kannst ganz normal da halt. So. Ich muss sagen, die Benji gefällt mir tierisch. Ist mal berühmt zu hören. Zack. Und, Schlesikowski, Imanowski. So. Alter, der lebt ja immer noch. So, jetzt aber. Bist du irgendwo in der Nähe? Nee, ich bin unter dir direkt. Super, weil... Das wird jetzt echt brenzlig. Weil ich hab schon wieder Ruckklar. Kann sein, dass gleich unsere Verbindung wieder... Ich verabschiede. Oh, da ist eine goldene, das eine goldene. Okay. Ja, ich sehe sie jetzt noch nicht, aber ich sehe da mehrere. Rote Punkte. Ätzend, ätzend, ätzend. Daher bleibe ich mal schön im Hintergrund. Das Ding ist ja tierisch kaputt. Oh, voll drauf. Aber die hat überlebt, die Elite. Das ist witzig. Ja, und vielleicht bin ich... Oh, tot. Ich brenne schon. Die hat's überlebt, weißt du das? Ist doch... Ist doch nicht mal feierlich. Das ist ja... U-Tal. Aber man ist ja nicht umsonst ein Zählo, sage ich mal so. Komm. So. Oh, guck mal. Der hat's überlebt. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Oh, hinter mir. Und das ist ja nichts. Ja, es ist echt so. Ich hab's auch tötet. Oh, Granate. Ey, wir haben nur noch die Elite, wa? Ja, ja, ja. Ein Schild ist... Ja, pass auf, pass auf. Komm, 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 komm. Jetzt, jetzt. Oh, gut. Oh, gut. Haben wir. Haben wir. BAM. Brech mal weiter vor. Scheiß, ich hab kaum noch Karabiner-Mulikation. Oh, es ist bitter. Ja, ich nehm jetzt mal eine neue Waffe mit. Also bis jetzt hat die Karabiner nicht von Asch hier gerettet. Ja, also ich mein, vorhin hat sie uns ja auch geholfen. Also. Aber ganz ehrlich. Oh. Oh. Das Tor. Ich will's aber geschlossen. Natürlich. Ach, du Scheiße. Ja, komm. Grüß Gott miteinander. Ich bin aus der Arena, halt. Ey, das ist ne Arena, jung. Das ist ne Arena. Oh, verdammt. Ey, die haben ja alles. Ich werde gekloppt. Boah, wir müssen gucken. Guck mal, dass du irgendwie Ghost, also beziehungsweise ein Fahrer ist ein Grund, erledigt. Das schaffst du, wenn du seinen kleinen Buckel triffst. Scheiße. So weit hoch ist. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Ja, jetzt habe ich natürlich mein Flagg. So, kriegst du Schiss. Also, da schützt, äh, mit der Angst zu tun. Das bringt nichts. Jetzt kannst du jetzt, kannst du das nah genug. Schaffst jetzt was? Ach so, ja, okay. Sieh, 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 sieh. Behalte dich, gleich geht's aus. Jetzt aus. Scheiße, scheiße. Weiß was? Was? Äh. Ja, 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 ja. Man ist zu viel auf den Ghost geballert. Scheiße. Ja, das ist das Ding. Ich wollte gerade Kamikatsangriff starten, ne? Ah, jetzt der am Geschütz. Oh, komm, 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 komm. Ach, leer. Oh, das ist noch ein Ghost. Das ist noch ein Ghost. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Zack. Ja, jetzt komm her. Grüße. Ja. Hast du gut gemacht. Ich bin jetzt weiterhin. Ja, ja. Kannst du den Geschütz irgendwie? Ja, 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 mach ich hier. Äh, schießt nicht auf mich. So. Warte, 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 warte. Ich hab einen roten Punkt gesehen. Also das ist ein Scheiß. Das ist ein Scharfschutz unterwegs, glaube ich. Ja, ist ja kein Ding. Aber ich trau mich ein bisschen mehr mit der Ghost, weißt du? Okay. Okay, hier oben, hier oben ist das. Ich glaub, die braucht momentan jeder hier von uns beiden. Ah, was ist das denn für eine Aktion? Da war. Da kommt man, da kommt man, da kommt man. Da kommt man. Warte, ich muss, ich schau mich mal um. Hier sind UNSC-Waffen. Ich merk's. Alter, sauber. Scheiße, scheiße. Da ist die neue Waffe. Ah, da ist die neue Waffe. Warte, wo ist sie denn? Oh. Siehst du? Ja, sieht gut aus. Gut. Kann ich gleich damit umgehen? Scharfschützer, das Recht, ich hab hier in Graz abgekriegt. Hier hinten sind auch UNSC-Waffen. Da ist die gleiche Waffe, wenn du haben willst. Ja, habe ich schon gefunden. Oh, Raketen wäre voll. Ich hab' nicht zu viel. Bazooka. Ja. Ich bleib hier beim Karabiner. Ja, dann erledige ich einen Scharfschützen da rum. Der ist hier oben. Ach so, okay, okay, okay. Ist tot. Ja, und jetzt bitte mal hier rechts, wo der aber auf mich ballert. Keine Munition mehr, scheiße. Ah, das Geilste, wenn ich mit dem Energiekugeln auf mein Energieschild ballern, wa? Ja. Die Geschosse gehen dann zurück, im Prinzip. Ich probiere jetzt auf einmal hier mit aus. Ja, aber super. Ja, super, 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 super. Oh, und jetzt bin ich weg. Standing, standing. Zieh uns rein. Ja, 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 ja. Oh, verdammt gut, ich muss raus. Ja, nee. Der andere Schütz muss man glauben, das ist wirklich zu bunt hier. Warte, wir kacken gleich wieder ab. Nee, nee, wir kacken. Hast du den Ruckler nicht gemerkt? Nee. Eigentlich schon. Hier schon Ruckler gerade. Ja, Leute, kann sein, dass wir gleich hier souverän abkacken. Also vom Internet mal wieder. Ist das doch ein bisschen hier zu viel alles, ich weiß auch nicht. Ah, ich krieg die. Krise. Ah, Mann. Oh, 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 oh. Das reicht, das reicht. Ah, toll, jetzt komme ich genau da raus. Ach, es gibt es doch nicht. So. Was war das denn? Karabiner voll wieder, Halleluja. Lass mich raten, alles im Toten. Oh, nein. Hier bei mir, weil das sind die die ganze Zeit mir am Keks gehen. Ich konnte mich ja nicht frei bewegen. Meine Fresse. Bin gleich tot. Was machst du denn jetzt, Alter? Wo bist du denn? Ja, rechts. Die ganze Zeit, wo ich mit dir da hinten stand, sagt die doch die ganze Zeit rechts. Schießt da einer mit dem Geschütz. Und ich konnte mich mit dem Ghost nicht bewegen. Deswegen bin ich jetzt hier hingegangen. Komm ich mal mit da hinten hin. Ja, super. Aber er ist ein scheiß Scharfschützer. Und ich bin direkt in seine Linse. Weil, was ich hier gerade nur habe, ist Munitionsverschwendung. Danke. Halleluja. Alle beide? Was siehst du? Boah, ey, weil die ganze Zeit, ich konnte mich nicht bei dir bewegen. Nee, ist ja gar nicht. Wollte ich ja, dass du auch nach rechts ballast. Jetzt was sagen, komm mal nach rechts. Das ist Zeit. Hast du es gehört, ne? Nee, ich habe es gehört. Ja, ich habe ja gesagt, ey, guck mal nach rechts. Ey, die Barsoca ist so früh jetzt zu benutzen. Ich muss schon größere Kaliber, ja, super Elite, ey. Oh. Komm jetzt. Das können andere Nutschwerden. Ey, krass mich. Ich habe keine Granaten. Ich bin leer geschossen. Okay, okay, jetzt noch Grunts, wir haben noch Grunts. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ja, 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 ja. Komm mit der Uhr. Super. So, dann haben wir ein bisschen. Alter Valley. Karabiner Munition holen. Ah, Speicherpunkt. Super. Das ist schon mal gut. So. Ja, gut, dann, komm mal schnell. Ja, machen wir jetzt auf den Weg. Okay, da sind wieder Feinde, weißt du was? Dann haben wir jetzt mal hier und machen erst mal einen Cut, oder? Ganz genau, würde ich mal sagen, weil wir haben es jetzt auf die 20. Minute und das sieht so gut aus. Okay, Leute. Äh, wir gehen weiter zurück. Scheiße, das gibt es ja gar nicht. Oh, scheiße. Ey, so ein Käse, ey. Wo bist du denn? Ja, ich bin ganz so weit gegangen, weil wir jetzt ein bisschen zu bunt. Wo bist du denn unten oder oben? Ja, unten, ganz am Anfang. Ja, komm ich auch. Das ist da oben, ja, alles klar. Ja, gut. Wir setzen dann hier einen Cut. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar, ciao, ciao. Ciao.